Freie Wähler Landtagsfraktion. Meine Zuversicht 2021. Hallo miteinander. Mein Name ist Joachim Hanisch und ich freue mich auf die Zeit nach Corona. Denn dann ist der Sitzungsbetrieb hier im Maximilianien wieder für alle Abgeordneten persönlich möglich und auch Besuchergruppen können endlich wieder zugelassen werden. Vor allem auf kommunaler Ebene können die Menschen mit Bürgerversammlungen, Infoständen und Informationsabenden wieder in die politischen Prozesse einbezogen werden, wie es bei uns Freien Wählern schon seit Jahrzehnten beste Tradition ist. Dann ist auch Sporttreib in Fitnessstudios und in vielen unserer Vereine wieder möglich. Auch freue ich mich, wieder ohne Einschränkungen Freunde und Bekannte sowie ältere Menschen besuchen zu können. Nach einer langen Radltour in einen Biergarten einzukehren, ist für mich eine besondere Lebensqualität und darauf freue ich mich ganz besonders. Dort wieder auf die Gemütlichkeit anzustoßen, dafür lohnt es sich, jetzt noch einige Zeit vorsichtig zu sein. Bleiben Sie gesund und halten Sie durch. Gemeinsam packen wir das.